Das Werk »Lieber Graduum« von Hermann von Reichenau war ein wichtiger Beitrag zur mittelalterlichen Medizin und Kräuterkunde und trug zur Entwicklung des Wissens über Gesundheit und Krankheit in dieser Zeit bei. Es wurde in späteren Jahrhunderten weit verbreitet und beeinflusste die medizinische Praxis und Forschung bis in die Neuzeit hinein.